Herzlich Willkommen zu unserem Film Saison 2021 Teil 2 Schön, dass ihr dabei seid. Wir, das sind Andreas, Annette, Savanna und Malgi, sind in diesem Jahr mit unserem Boot nach Niendorf gefahren über die Ostsee und haben 10 wunderschöne Tage dort verbracht. Durch Glück haben wir im Niendorfer Yachtclub einen Liegeplatz für etwas länger bekommen, was nicht üblich ist. Hauptsächlich liegen hier Segelschiffe, aber auch ein paar Motorboote. Die Duschen sind sauber und man kann auch ein bis zweimal die Woche hier was essen. Auch Regen nochmal haben. Annette betreibt leidenschaftlich gern Hula Hoop Dance, was sie in diesem Film in manchen Szenen gerne mal zeigt. Wir hätten nicht gedacht, dass es uns in Niendorf so gut gefällt. In Anbindung an einem Hafen gibt es direkt einen Hundestrand für unsere Hunde. Anbindung an einem Hafen gibt es direkt einen Hundestrand für unsere Hunde. Der Strand von Nienburg war in diesem Jahre 2021 nicht besonders überfüllt, was sicherlich durch Corona kommt. Trotzdem haben wir uns entschieden, mit unserem Dinghy aus dem Hafen rauszufahren und direkt vom Strand zu ankern. Was mal etwas anderes war. So konnte man sich auch ins Boot legen, schwimmen und sonnen. Bis zum nächsten Mal. Die Sonnenuntergänge in Niendorf sind traumhaft. Sogar ein Austrandfischer war zu Besuch. Sogar ein Austrandfischer war squeeze hinzu. Sogar ein Austrandfischer war erót из Chamaten. Sogar die Z contaen und befestigt in Ordnung. Sogar die Z contaen und Continuam für die Z 가 gespiel휘ung. Sogar der Z contaen und Kleinstras available war. Sogar das macht sich auch für ein Sundays, was D». Untertitelung des ZDF, 2020 Die neue Seebrücke in Niendorf ist sehr schön und hat die Form eines Fisches, was wir später erst auf einem Schild entdeckten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schmeckt gut Eis Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020